kennst du dieses gefühl ich rede von dem gefühl dem tod nahe zu sein ich lebe schon sehr lange hier alle kriege habe ich miterlebt ich habe gesehen wie sich die soldaten aus hunger gegenseitig gefressen haben eure sinnlosen gründe zu kämpfen machen euch zu abschauen ich habe viele viele verschiedene arten von menschen gesehen einige haben versucht mich zu töten sie haben mich erschossen erstochen erschlagen ich wurde vergiftet und gesteinigt gestorben bin ich aber nie mein körper hat sich immer wieder kurz vor dem tod erneuert ich kenne die grausamsten geheimnisse der menschheit ich hatte eine familie ich habe gesehen wie sie gestorben ist meine frau meine kinder und meine enkelkinder alle wurden sie von krankheiten getötet nur weil die mächtigen unter den menschen gierig waren ihr menschen glaubt ihr seid intelligent ihr haltet euch für gott nur weil ihr in der evolutionsstufe etwas höher seid als früher ihr seid nichts ihr könnt nichts ihr tötet aus gier weil ihr euren hals nicht voll bekommt anstatt dass ihr in frieden lebt tötet ihr euch dauerhaft weiter bald verschwindet ihr ganz ich werde der einzige sein der da sein wird doch das wird bei eurem tempo zu lange dauern ich habe selber bereits mit versäuberung begonnen achte die nächsten tage auf das was hinter dir passiert denn du bist jemand der das leben anderer nicht wertschätzt